Du weißt noch nicht, ob und wen du wählen sollst? Wir haben für dich drei Hosts, sechs Themen und rund 30 Menschen aus ganz Deutschland Wohnung gegen Gegenleistung würde dich gerne ein paar Mal im Monat für ein paar schöne Stunden treffen. Der ganze Schulbus tobt und klatscht rhythmisch. Ich mach's mal vor. Afrikanischer Busch. Jeder, der in der Automobilbranche zurzeit tätig ist, hat natürlich ein bisschen Angst. Da fing die Panik an, weil ich dachte, okay, das Wasser kommt jetzt von rechts, von links. Ich hab keinen Empfang. Ich muss einen Notruf absetzen. Was mach ich? Lass den Vater mit dem schwerverletzten Kind jetzt liegen? Kacke! Ich mein, A, dieses Du weißt nicht, wann ist dein Kind getreut, was ja davon abhängig ist, dass du arbeiten kannst. Bei Du stimmst sprechen wir nicht nur über Herausforderungen. Wir wollen dir auch zeigen, welche Lösungen die Parteien bieten. Damit du eine gute Wahlentscheidung treffen kannst.